Hi, ich bin Abikai-Freunde und wir spielen heute eine ohne Golf und mit dabei sind liebe André, Freunde, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, wingen rein, let's go! Okay, André, guck mal den Boden hier an! Bro, ey, Freunde, die Map ist auf jeden Fall gebaut, wieder von meinem Bauteam, ich trete den aktuell so einen Arsch, André, ne? Ja, will ich. Dass wir hier gute Maps bekommen, so, und erstes Loch, abonniert Abikai, oha, Digga. Ja, also ich hab die tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber Eigenwerbung stinkt, hab ich mir sagen lassen. Äh, zack, so. Seit wann hast du das letzte Mal Golf gespielt mit mir, ne, oder? Hä, was hast du für einen Trail? Geil, ne? Hä? Ich hab gar keinen auf langweilig. Aha, einen Kackhaufen, was ich auch auf dem Kopf. Ey, ich bin wenigstens froh, dass du nicht mehr gelb bist. Ne, ja, du hast mir die Farbe geklaut. Hä, was laberst du? Wir haben beide geklaut. Von irgendeinem, den wir weiter nicht kennen, der auch gelb spielt. Ist so. Hä, wohin sollen wir denn hier? Oh mein Gott, oha, langsiegt. Was ist das für eine Wilder Trail? Einfach Musik. So, zack, rüber. Ohne Träumen. Alter Schwede. Bro, bist, okay, bisschen leichter, sagst du. Hä, wo bist du hin, du? Er war andere Map? Er ist einfach André's only version. Ja, bei mir war das Game einmal kurz weg und ist wieder da. Was geht? Hä, was geht? Ey, Junge, wer hat das gebaut? Äh, Taki, wieso? Junge, Taki. Ist da ein echter Hubbel? Nee, aber das ist so unsatisfying, dass man die ganze Zeit so langsam hauen muss, weißt du? Das ist, ey, ich schwöre es dir, das ist echt. Aber, oh, oh, der war, war, fangen wir es gerade an 1, was 10? Man war ja gezwungen, irgendwie so 10 Schläge zu machen. Boah, das sieht aber geil aus. Boah, das sieht aber geil aus. Oh! Digga, bitte, wenn Taki, wenn du das Video guckst. Nur das, nur solche. Jetzt geht das wieder los, Digga. Was denn? Oh mein Gott. Bro, heute mich geht's heute. Hä, wie bin ich gerade rausgefallen? Was ist denn da? Digga, Bruder. Die Wände tanzen bei mir, bei dir auch? Ja. So, widi, 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 widi. Äh, ich bin irgendwie. Ey, die haben keinen Rands da, Digga. Oh mein Gott, Bro. Die haben keine Randers. Das eine Mal hat das sowieso, also das eine Mal hat Manni die Maps auch so gebaut, dass keine Randers sind. Ich hab gesagt, Digga, das Trigger, oh mein Gott. Okay. Das macht Aggro, Digga. Bin ich early. Ach, warte mal, ist das vielleicht so gemacht, dass wir so machen? Ich glaub, das ist er. Oh! Oh, fast gedankt! Digga, warum bist du leck das? Bro! Okay, ich glaub, es ist auf jeden Fall so gemacht, dass, ich glaub, der Looping ist ein Bait, weil guck mal, wie oval der ist. Ja, ja, der trollt, ne? Weil du kannst jetzt einfach rüber, so. Ja, pass auf, jetzt. Komm, wieso machst du das, Digga, das? Junge! Ey, nicht im Ernst, wenn ich jetzt noch runterfallen. Bro, oh nein. Nein! Oh, kurz gequittet. Oh! Bro, das darf jetzt, das wird zu viel. Ey, ich roll dir mal weiter. Nein! Warte mal, aber ich spawne da jetzt, oder? Nein! Ich bin schon mal gefangen! Alter, Alter, Alter! Ich muss es jetzt schaffen, sonst bin ich raus. Bei mir bewegst du dich, ne? Oh! Oh nein! Okay. Also, kleine Mankos sind immer mal wieder da, aber... Das ist ja auch in den Startlöchern hier. Boah, Camouflage einfach. Na, wer hätte gedacht? Rampe nach oben. Oh, oi! Boah, danke dir. Kuss. Ach, Bruder. Kuss, Diggi. Kuss, Diggi. Aber, Andre, was du nicht gesehen hast, guck mal hier. Man kann einfach direkt hin. Schummeltricks, ne? Oh, Gott. Nein, nein, nein. Komm zurück. Boah, ey. Jedes Mal, wenn ich asiatisch esse, Freunde, ich hab immer Sodbrennen. Ich auch. Aber leckeres Sodbrennen. Was auch noch der Soße... Ah, scheiß drauf, Digga. Egal. Lass lieber. Da wird dir erstmal ein Stückchen gegönnt, wenn Andre wieder so... Was redest du? Oh mein Gott! Was war denn das? Der Trail ist von Nachteil, ich sag dir. Sagst du? Ja. Ich find den unnormal cool. Ich glaub... Ey, nächste Folge, ich glaub, ich hab direkt Trails. Bei And... Wir nehmen jetzt danach hier noch ein paar andere auf. Also, check da auf jeden Fall auch ab. Und deshalb... Also... Hör mich jetzt trocken. Digga, das ist grad echt... Nein, ich glaub... Ich glaub, das ist... Er hat auch gesagt, es gibt Trolls, es gibt unsichtbare Löcher, es gibt Minispiele auf den... Das macht er grad aus. Joke. Das ist... Also, äh... Das ist die unsatisfyingste... Satisfyingste Map, die ich je gespielt hab. Alter Schwede. Also, es ist richtig schön gebaut. Aber Junge, was machst du da? Was ist das hier, Digga? Wie soll man da hinkommen? Mach jetzt den hier. Es ist ehrlich... Boah, da unten ist auch ein Loch. Es ist echt die unmögliche Brücke, ne? Hä? Oh mein... Was geht, Bro? Ich glaub, hier ist nicht gut. Du musst jetzt geradeaus runter. Doch. Geradeaus runter? Ja. Wie? Wenn du dann schlagen darfst. Oh mein Gott, ich seh... Wir müssen da reintreffen. André hat immerhin hier Trickshots. Okay. André hat aus Strokes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Oh, knappes Kistchen, Digga. Einen hab ich noch. Ähm, ja gut, ähm... Äh, Dings, warst du nicht dabei gewesen? Diese... Okay. Er hat wieder einen aggressiven Boden gemacht. Oh, Digga. Ich werd auch aggressiv jetzt, Digga. Okay, ganz... Okay, gleich werde ich sauradiger. Easy. Es hat auf jeden Fall funktioniert, dass ich den Leuten gesagt hab, dass sie es so bauen sollen, wie du es nicht magst. Okay. Ein bisschen Musik. Ey, Bro. Also da kriegt Haki erstmal eine 6 später von mir. Esser. Ey, es ist nur schiefer Boden. 7. Eine 7, ja. Aber... Oh. Was war das? Das ist, was er hätte zeigen, wenn man da runtergeholt wurde. Ah, das war cool. Das ist ein Dropper. Das ist ein Dropper? Wie? Hä? Nein, oder? Ey, das ist nicht echt ein Dropper. Andere kannst du unten hauen. Nee. Okay, vielleicht tastet man sich vorne ran. Okay, vorne ran tasten ist die Meta. Vorne ran tasten. Okay, ich hab den Winkel. Digga, das erwartet er. Wie soll man das schaffen? Ich hab's nicht. So, zack. Auf ganz, ganz... Oh, was erwartet er? Ist so. Was erwartet er? Was erwartest du? Bro! Er sagt Dropper, man darf nix berühren. So, ich... Als ob. So, zack. Auf entspannt, weil André hier ein bisschen durchdribbeln möchte. Machen wir es richtig. Als ob das... Bro, das war richtig close, ne? Ja. Ja. André Out of Strokes. André Out of Strokes. André Out of Strokes. Man ist hier in den Startlöchern. Ich bin drin. Oh, ein Elf! Hä? Okay. Das ist auch noch... Das ist sehr, sehr, sehr... Sehr, sehr... Ungespielt. Hä? Was hat jetzt Ungle damit zu tun? Hä? Ungespielt? Weißt du? Nicht? Okay. Ne. Oh! Hm? Ah, okay. Ich hoffe, er hat heute schon auf die zweite Welt, die gleich noch vom Bautil ist. Ja, richtig. Richtig. Freue ich mich richtig. Hä? Irgendein Weg ist richtig, weil irgendein... Oh, na. Äh, links Meter. Ich gehe rechts, Digga. Oh! Der kann weiß schon vorher. Okay, das ist... Ne, nein, nein, nein. Lüge. Weiß doch jetzt nicht, wo lang. Ja. Okay. Bei mir ist richtig. Bei mir nicht. Nein, oder? Du bist nur ein kleiner Anundreiß, Digga, Bro. Aber bei mir ist auch richtig. Hä? Bei mir war auch richtig. Ich glaube, bei mir war ein Linger-Leg. Lüge bei den drei. Okay, wilde Straße, Digga. Einfach. Diese weißen Strich sind... Gut gerade gemacht. Das ist die Dings-Street. Oh, Junge, Wallride. Das ist die Street-Street. Oh! Ist so. Warte, respawn ich hier? Ne. Wäre ja unruhig. Ich musste. Bro, ich bin wieder da. Nein. Das geht. Bist du durchs Portal wieder zurück? Ja, Digga, da wird so richtig runtergerutscht. Man hört mal nur so dieses Portal-Geräusch. Danke, der Bro. Kuss. Hat geklappt? Ja, klar. Klar. Bro, nein. Nein, das hat nicht... Als ob das... Alter, er kriegt es auch direkt hin. Ja, natürlich. Das ist doch nicht schwer. Aber wohin fahren wir hier gerade? Liebt er diese Rampen, oder was? Er hat nur diese Rampen gemacht, ne? Ja. Ja. Okay. Aber? Nicht schlecht geworden. Bitte nicht runterrollen. Bitte nicht runterrollen. Danke. Ja, es ist alles auf sehr, sehr risky frisky. Also, ich weiß nicht, ob die mich auch noch damit mittrollen wollen, dass man überall runterfallen kann. Och, nein. Hä? Hold on one. Oh, ähm. Äh. Oh, yeah. Yeah. Uh. Basketball-Minigame. Basketball-Minigame. Okay. Och, nee. Och, Bruder. Och, nee. Hä? Okay, klar. Ja, wie soll man das denn schaffen? Dicker. Okay, mach du als erstes. Okay. Oh mein... Was? Also, die Idee ist unnormal nice. Naja, aber ein bisschen hart. Aber, naja, wir sind ja auch... Bisschen machbar. Wir sind ja auch Golf-Hill-Profis. Mhm. Da lassen wir uns nicht lumpen. Uh, 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 uh. Da. Bisschen zu doll. Aber sonst... Lassen wir uns nicht lumpen. Dann hört es eigentlich nicht schlecht aus. Ich werde zum Out-of-Strocks gehen. Oh, 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 nein. Ich bin Out-of-Strocks. Okay, ich mach ihn rein. Einfach, damit du zugucken kannst, Jäger. Nice. Fah. Ah. Nein. Okay, auch daneben. Nein. Und... Oh, der sieht gut aus. Okay, das wird jetzt der... Ich hole mir keinen Out-of-Strocks vor. Der ist gut, der ist gut. Gut, Out-of-Strocks. Also, wenn man das noch ein bisschen größer machen würde, wäre krank. Ja. Wäre krank gewesen. Natürlich. Ah, oh, wer hätte es gedacht? Na, eine Rampe nach oben, Feuer, um eine Ecke, wo man nicht Hole-in-One machen kann? Ja. Nice. Das ist natürlich... Ah! Tschüss. Aber strecktechnisch wild, Digga. Brauchst du eigentlich nur eine Map aufnehmen, hast 30 Minuten Content. Also, Retag, ich bin jetzt schon echt bei 10 Minuten. Ja, und wir haben nicht mal die Hälfte. Wir haben die Hälfte. Die Hälfte ungefähr, also... Oh, das war's, Maxi. Danke dir, Bro. Oh, mein Gott. Das war's, Maxi. Ja, 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 aaaaaaah! Ich muss es so probieren. Wegen... Out-of-Strocks, Bro. Out-of-Strocks. Ist es eigentlich un-satisfying, wenn man es denn nicht so mit dem Trickshot macht, oder wenn man einfach dann Out-of-Strocks geht? Muss es so machen. Man muss Out-of-Strocks gehen dann. Okay. Das ist so, du... Du... Verkaufst deine Seele an die Strokes. Aber dieser Boden, der macht mich irgendwie unglücklich, ne? Ja, übel. Der Boden macht mich unglücklich, heute. Ich weiß nicht, wieso. Wie bist du da hingekommen? I don't tell you. Wie sagst du, ein Stück mehr? Da ist es gebraucht. Oh, Mann, ja. Was meinst du? Ja, ich bin immer noch ein... Ah, nee, wir sind glas... Wow! Digga, das war... Das war so Dunkin' Donuts. Trink. Trink? Hab ich wieder Hunger bekommen. Digga. André hat mir erzählt, er hat heute eine komplette Packung bestellt bei Dunkin' Donuts und hat alles aufgegessen. Oh, ja, ich will sie alle aufessen. Bro, hast du... Was hast du für welche, sag mal ehrlich? Also, ich hab gegessen bis jetzt ein Schoko-Donut mit Vanille-Füllung. Und ein Peen... Also, mit Peen-Ups. Ey, das ist richtig cool gebaut. Hey, what the fuck? Also, es ist immer dieses Nicht-Leichte. So, das ist immer dieses... Oh! André, ich hab's gesehen. Maxi-Fight. Da. Oh, Mann. Oh, Mann. Da bin ich, ja. Hyped. Trrrrauuu. So, zack. Hier. Oh! Oh, der war... Der war... Der wollte ich den End-Drizzle machen. Oh, nein. Jetzt mach ich hier den André. Okay, das wird der Dunk. Das wird... Oh! Hat er gezählt? Nein. Kade. Das war aber der Dunk. Das war er, Digga. Das war er wirklich. Das... Das... Oh! Was? Hä? Bro. Ist bei dir auch alles Galaxy? Übel geil aus. Unnormal. Ich bin grad komplett in einer anderen Welt. Boah, eine Rampe nach oben? Alter! Ja, das ist echt was Neues. Eine Rampe nach oben. Äh, ich... Ich wäre auch dafür, dass wir vielleicht die Map umbenennen. In eine Rampe nach oben. In, äh... Nicht-Ultimative-Game, weil... Es war eben nur ein Spiel drin. 180-Grad-Rampe in Golfit. Digga! Wenn du den Titel nimmst, eins von zehn. Wenn nicht, Döner auf mich. Wer schafft die 100-Grad-Rampe... Okay, machen wir. Wer schafft die 180-Grad-Rampe in Golfit? Machen wir nicht, weil du es bis dahin safe vergessen hast. Nein. An mich selbst der Cut... Ich cutte ja eh nicht. Äh... Äh... Oh? Bin wieder bei der Straße, Dings. Wie? Ähm... Gehört das dazu? Ja. Bro, okay. Die ekligste Kurve, die es überhaupt gibt, ne? Ja. Die man einfach komplett überspringen kann. Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... I, 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 i. Oh. Das ist ein bisschen doll. Rat mal, was für ein Objekt hier ist, André? Oh, ne Rampe nach oben? Ne Rampe nach oben. Wer schafft die 180-Grad-Rampe in Golfit? Stark. Stark, stark, stark. Wir haben noch einen Schlag. André, wie würdest du es finden, wenn wir irgendwann mal Golfit aufnehmen mit verbundenen Augen? Oh, mein Gott. Ähm, ja, würde ich gar nicht fühlen. Bin dabei. Ich auch nicht. Bin auch dabei. Smash. Jugendwort 2022, Digga. Smash. Excuse me. Ähm. Äh? Hallo, wie war das passiert? Wie war das passiert? Wie war... Wie war... Ich hab dir noch gar nicht getroffen. Okay, Digga, okay. Guck mal, guck. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Lass es. Es gibt einen... Ich mach jetzt den richtigen O, du meinst. Guck mal, ne? Okay. Oh. Oh, wenn der rein da. Hä? Bro. Der war aber... Der war aber nicht schlecht, der Ansatz. Ja, der Trail. Kannst du bitte hochkommen, dass ich dich trauen kann? Guck mal, ich traue jetzt positiv. Man kann auch Leute positiv trauen. Ja, positiv getrollt. Danke. Oh, oh, oh. Oh, der geht rein. Nein. Ich bin rein. Was? Und ich auch direkt, direkt... Kack. Nein, ich mach jetzt auch einen Trickshot. Ich mach einen Trickshot. Guck. Bro, das gibt es... Weiß ich nicht. Ey! So. So. Stark. Stark. Das ist so unsatisfying, Bro. Es ist so unsatisfying. Aber du musst jetzt durchziehen, Digga. Wie viel ist? Ich wollte es nochmal natürlich für das Video. Dass es Punkte ungefähr gleich auf sind. Äh. Yeah. Danke fürs Spielen. Zum Glück ist die Schrift so klein. Ja. Und ich würde sagen, mit... Keine Rampe beim Finale? Digga, was ist da los? Bro. Ich mach's whole in one. Boah, ich weiß nicht, ob das möglich ist, Digga. Ich glaube ja. Ne, es ist absolut nicht möglich, Bro. Aber mein Schlag war Smagsy. Es ist absolut nicht möglich. Amina Jackson. Okay. Ich bin drin. Ich bin drin. So. Zack. Ah! Die Benya! What are we going? Chicka-Bong! What are you doing? What I'm doing? What am you doing when I need you? Zack! War in Ordnung. War gewollt. War gewollt. War gewollt. Ne, ich glaube, wir gehen so oder so in der nächste Map, weil... Weil es nicht ganz auf die Zeit gekommen ist. Freunde, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Map. Okay. Digga, die wollen mich, glaube ich, echt trollen, ne? Freunde, wir sind jetzt hier in der zweiten Map mit nur mit dem MBK-Logo. Ja, also an sich ist natürlich süß. Aber, ja gut. Oh, clean. Hä, bist du hochgekommen? Ja. Oh. Nicht so clean. Also, Digga, die soll auch noch normale nehmen, dass es dieses Dünne ist, ne? Ich habe hier auch jetzt einen Trail, Freunde, weil ich eben gerade neidisch war auf andere sein. Aber irgendwie ein Kriegel-Kraggel, Digga. Ja, dein ist auch cool aus. Ja, so ein Kriegel-Kraggel. Guck mal, wie dein aussieht. Guck mal, wie mein aussieht. Oh, das ist ja so blitzig. Aber wenn das zusammen, sieht das wild aus, Digga. Sagt's doch mal. Ich habe hier eine Premiere-Video-Bearbeitung. Ja, wir sollen mal Video-Bearbeitung haben, äh, Premiere. Okay. Okay. Und Digga in 8 Stunden. Oh, wir sind Mini. Oh, jetzt sind wir Mini. Ey, Bro. In Mini, das ist ganz, ganz weird, ne? Ja. Die Bälle fliegen so insane krank. Yo. Ja, sag ich doch. Ey, wie soll man das denn machen? So, und ich habe ja auch Freunde, ich werde euch auch oben ein Video verlinkt, habe ich gesagt, wenn wir da die 1000 Likes erreichen, machen wir eine Folge, wo die ganz, ganz groß sind, die Bälle. Na, wohin dann? Ey, ich haue so langsam wie möglich. Geht das, die Blockung? Das geht nicht. Doch, 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 doch. Also, es geht, also, oder? Ja, okay, doch, 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 doch. Man bleibt so stecken. Weil, 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 weil die nicht weiter... Wow. Yo. Ich bin dir... Alter Schwede. Alter, man ist Mini. Ich zoom ein bisschen dran, Leute. Okay, das war zu leicht. Okay, bin dran. Zack. Das war insane. Irgendwie cool. War, war cool. Lol. Na, gehst du straight runter, André? Oh mein Gott, ich bin direkt raus. Ich drehe meine Runden, Digga. Hast du auch deine Runden gedreht? Nee. Ich schon. Ich bin straight runter. Oh, lol. Lol. Hä, was geht hier ab? Ah, klingende zwei Schläge. Einen Schlag meine ich. Bro? Lol, in zwei. Aber einfach, weil ich gerade... Ich wollte diesen Roll-Effekt, als wenn du so eine Mü... Hä, wie viel groß. Ah, Digga, das hört sich so clunky an. Übel. Hä, wieso kann ich... Habe ich gerade... Habe ich echt keine Kollision an? Im Glück, Digga. Habe ich echt keine... Kannst du mir nicht mehr trollen, Digga. Also, irgendwie ist es auch satisfying, weil... Es ist high gravity, guck mal. Ich kann nicht richtig reden. Huuuuh. Yo. Hä? Aber ganz easy, Digga. Ganz einfach ganz leicht, Digga. Die Map heißt auch... Eigentlich... Eigentlich versch... Alle Maps haben guten Titel. Golf wird aber jedes Loch ist anders. Anders? Anders. Okay. Zack, zack, zack. Wer jetzt Kollision an, Digga, hätte ich mich selber gerettet? Nein. Ich guck mal, ob Kollision an ist oder nicht. Und du wärst runtergefallen. Okay, Kollision ist aus. Hey, wo soll ich hinschießen? Uh. Uh. Zack. Den Dank... Hä? Weiß ich nicht. Den Danken... Machst du unten Waffe einfach? Schade, Digga. Den... Ich hab direkt reingemacht sogar. Ich hab gedankt. Mit Pistole? Jaja. Lüge. Hä? Na wirklich? Forget's. Oh, ein Schlag. One, one. One, one. Ich mach jetzt direkt ins Loch. Ich glaub, Mani hatte sowieso immer so Maps gebaut, wo man immer ungefähr... Direkt in das Loch... Wir müssen wegern. Na klar. Ansonsten wären wir nicht André und Milkan. Bin direkt rüber, ne? Oder Mandré und Schmilkan. André, ich weiß nicht, warum ich das verlang hab, grad das dir zu erzählen. Wink, Junge! Ja. Aber ich hatte heute Morgen... Durchfall. Ich auch. Echt? Hm, wir sind Durchfall-Brothers. Wir sind Durchfall-Brothers. Okay. Also, gerade die Map, das ist auch... Das macht meinen Kopf kaputt. 18 Löcher hier, alle unterschiedlich. Genau wie mein... Aua. Oh. Ja, Milkan. André wollte den... Bruder, sag, wenn du mein Gold nehmen möchtest. Sag, wenn du mein Gold nehmen möchtest. Milkan macht einfach First Pride hier. Oh, das ist eigentlich mein Gold, Digga. Oh. Ich mach hier den First Pride-O-Duddle. Basketball, aber in Fett? Ich glaub, die ist machbarer als... Ja. Bin drin. Ach so. Ich hab's gar nicht gesehen, Digga. Das war... War cool. Oh, Rainbow! Somewhere over the Rainbow... Digga, babe, bloot, erledigt dich problemlos. Ey, so eine Rainbow-Map im Komplett, André? Geil. Ja, cool, ne? Mhm. Alles so im Mund. Alles schnell rund und Mund in meinen Mund. Hä? Was? Alles rund und... Also, ey, warte mal ganz kurz. Leute, ist das nicht das easyste Loch überhaupt? Ich bin hier schon bei sieben? Hä? Ja, wo willst du auch hin? Digga, keine Ahnung! Was ist das denn? Ja, das Ding ist, die Schläge sind halt immer anders, weil... Das ist so nice, Digga. Also, die Maps. Ich bin... Uwes Junge. Schwetz. Sir. Okay, André, der Erste gibt dem letzten Döner aus. Also, ich hab mir selbst. Okay. Wie machen wir das? So, machen wir das. Zack. Zack. Ja, genau. Ja? Wichtig. 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 Und ich hab'n Fleck auf meinem T-Shirt. Oh no. Oh no, 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 no. Ja, das war die traurigste Story, die jemals passiert ist, Digga. Meine gerade? Ja, meine. Aber deine war auch traurig. Wirst du so... Wirst du so ein Millimeter vom Loch? Bin so Eimer drumherum. Okay. Zehn Loch. Loch zehn. Zehn Loch. Hä, da hinten? Was ist das für ein Rand, Digga? Alter, ich hab' gar nicht wieder gesehen. Digga, aber das sag ich ja gar nicht, Digga. Nächstes Mal schick ich lieber ein Bild von meinem richtigen Gesicht, bevor die dieses hässliche YouTube-Logo nehmen. Das ist so wild. Sieht aus, als... Als zu engen Probleme. Ja, ne? Ja. Ja. Ich hab' auch Probleme. Guck mal, ich komm' nicht in das Loch rein. Doch. Zack. Ich bin... Und ich bin... Bro, wie getreut wurde ich. Oh mein Gott. Somebody... 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 Ich bin fair zu dir, das dritte Loch ist es. Das ist das zweite, Bro. Ja, guck, da wusste ich doch, dass du es schon kennst, Digga. Nein. Ich hab' grad mit V geguckt. Ja, ehrenlos, Digga. Hä, warum irrenlos? Du guckst auch mit V. Niemals. Oh, einfach Real-Life-Golf. Übelwild. Zack. No way. No way. Oh. Hä, kein Respawn? Oh mein Gott, André. Ich hab getroffen. Hä? Ach, du bist vorbei. Hä, du bist vorbei, aber irgendwie auch nicht, ne? Aber irgendwie auch nicht. Mhm. Was? Lass mich nicht treuen. Was ist das denn? Oh. Was? Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab's first twice. Oh. Bin für immer gefangen hier. Das war richtig sexy. Guck mal, André, ganz, ganz wenig nur. Ganz wenig Anschwung. Sag ich dir so, wie es ist. Von ganz oben, ganz wenig. Das war... Ja doch, das war gut. Guck mal. Man denkt also voll weit, aber... Ist es direkt darunter? Ich flieg jetzt nicht rechts runter. Nein, nein. Boah. Nein, 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 nein. Das ist alles berechnet mit Minima... Minimatistischer? Ja, genau. Mit Minialial. Mit Minialial. Mit Minialial und Circle? Hä? 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 Will er mich trollen? Äh, Bro, das geht das überhaupt? Ja. Ah, what? Boah, hat noch nie mal im Leben so ein Loch gesehen. Also da, 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 da. Also... Also... Also, ich bin auch aus Frost. Ich bin auch aus Frost. Das... Somebody! Das war das schönste Loch, was ich gesehen habe. Ah, das ist gelogen, Mann. Also... Oh... Das hat André gesagt, das hat André gesagt. So. Ich wollte auch grad noch was anderes dahinter sagen, aber was lass ich denn lieber? Zack. Das war mal wieder... Das war mal wieder... Ein normales Loch. Ich sag das Wort Loch heute aber nicht mehr. Lass uns einfach aufhören damit. Ja, Mann. Gut. Oh, oh. Wohin? Hä? Wo ist das Loch? Oh, in dem Eimer. Einfach im dreckigen Eimer. Ach so, ich dachte ich wär richtig, aber ich war gar nicht. Nein, nein. War's gar nicht? Ich war auf einer anderen... Ich war schon bei der nächsten Stufe. Hä? Ritok? Ja. Da will ich aus. Oh, ich bin... Oh mein Gott. Junge! André ist hier ersten... Bananagang? Ich war gerade schon. Oh, er sagt ja jetzt... Man kann drüber skippen, ne? Ja, ich mach's auch. Wir müssen, wir müssen. Da geht Grüße raus an Braxis, wenn du das siehst. Ich hab dich vergessen zu fragen, ob du dabei bist. Du wirst gleich wieder so aus sein. Ach. Ach. Braxis! Ich bin drin. Man fliegt wieder raus. Guck mal. Da frag ich mich gerade. Wie? 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 Oh mein Gott. Ich bin wieder drin. Aber wieder raus. Was schummelst du? Hallo? Wir haben gesagt, anders machen das. Schummel nicht. Wurde entdeckt. Ich musste Rücktritt machen. André. Leute wurden entdeckt. Drückzug. Oh! Ran out of strokes. Guck mal, guck mal, guck mal. So mach ich das. So. Und drüber. Perfekt. Freunde. Damit hat André das Ulti... Ist das noch ein Loch? Achso. Danke für's Spielen. Liken, abonnieren. Hali Merz, ich liebe dich. Hä? Was? Wieso? Eine Liebeserklärung auch noch im Video, Freunde. Wenn euch das zu dir gefallen hat, André ist da oben im Titel verlinkt, Freunde. Dann nehmen wir jetzt auch noch eine dicke Session auf. Wir sehen uns morgen. Hau dir rein. Peace.